Dieser Witz wurde vorgeschlagen von Psy. Ein Mädel schleppt einen recht unerfahrenen Typen aus der Disco ab. Und als die beiden bei ihr zu Hause so am Fummeln sind, fragt sie, was hältst du eigentlich von der Stellung 69? Stellung 69? Was ist das? Sie seufzt und erklärt ihn auf. Ich gebe meinen Kopf zwischen deine Beine und du gibst deinen Kopf zwischen meine Beine. Also gesagt, getan. Sie gehen gerade zu Werke, da entfleucht dem Mädel ein Furz, das dem Jungen die Luft wegbleibt. Er fängt an zu hüsteln und versucht, mit einer Limonade den Geschmack aus dem Mund zu bekommen. Doch sie entschuldigt sich tausendmal und kann ihn dann doch noch zu einer Fortsetzung überreden. Da entkommt ihr noch ein Flatus, das es dem Typen völlig den Magen aushebt. Angewidert schnappt er sein Gewand und marschiert Richtung Türe. Da ruft sie ihm nach, hey, wo willst du denn hin? Und darauf erwidert er, hey, wenn du glaubst, dass ich mir die restlichen 67 auch noch reinziehe, dann hast du dich gewaltig geschnitten.